Musik Beide Hunden sich arrangiert zum Deal, dadurch, dass sie profitieren davon, dass sie das Land tun. Die Menschen können sich besser bewegen und rausgehen, die nicht heißer geworden sind. Das dürfen sie profitieren, auch im Hinblick auf die Kanne. Das ist das. Das ist das, dass Menschen froh sind, weil eine Reihe Barrieren nicht mehr bestimmen. Musik Ich habe ein Mensch als Josef, der dann auch der Fundamentale funktioniert, weil es auch ganz viel zu brechen ist. Wir haben eigentlich eine Maison-Relais gemacht. Und das ist schon, als Leute sich wirklich um den Limit, auch schon bei der Organisation. Das bringt natürlich, dass man sich dann auch Leute braucht. Auch im Hinblick haben wir genug. Im Hinblick auf Privatleid haben wir auch selber auch Freiheit gekriegt, wenn ich in den Camping-Fuß-Kaul denke, wenn ich an die Stadt echt denke, die reiben zu Lölz. Und dafür bin ich auch immer dankbar. Das ist das größte Problem. Das größte Problem ist eigentlich, dass man Leid brauchen, dass man auch eine Leid zur Verfügung gestellt hat. Da habe ich nicht nur eine ganze Partie gemeldet. Da habe ich auch ein Eis angemengt, weil ich stärker pressere. Und da ist immer nur noch zu gucken, dass man E-Skin, wie gesagt Albus besetzt hat, und dass man auch die, nicht nur da, wie auch B-Gruppen, dass man das fertig kriegt. Wir müssen direkt die Mufang-Plage ein bisschen zumachen, weil man einfach auch gemerkt hat, aber ganz viel von Jobjong-Leid. Aber wir kommen da in die Gruppe an, weil das ja die falsche Reflexe hat. Da haben wir ganz viele Zeugen, mit dem Reglement hier nur geholt. Aber ich hoffe, dass man auch ein Zeichen kann von der Regierung, und nur dem, dass ich hierher in der Europäischen Gemeinschaft sich Gedanken gemischt habe, dass man auch eine Saison kriegt, eine touristische Saison. Und dann hat man auch ein bisschen im Gespräch gewischt, wo ich auch selber mit dem zuständigen Mr. Dallis darüber diskutierte, noch einmal der Gesundheitsminister. Ich weiß nicht, aber man kann es dazu, dass man auch eine Vakanz zu haben, können machen, ganz viele Leute können wollen, nicht in Deutschland, eventuell sich die Pläne für eine Vakanz. Und da muss ich einen Menschen einfach fertig bringen, dass eigentlich das andere nicht unzubilden. dass man auch noch nicht ein bisschen mehr verabschiedet hat. Ich habe in der Mitte, dass ich in der Mitte, dass ich in der Mitte, in der Mitte, in der Mitte, in der Mitte. Die anderen waren auch nicht. Bei uns ist es am 22 und 23. Mai und man hat drei Wien an einem neuen Gemeindenatelier zu reichen. Das müsste ich relativ gut tun. Die gesunden CCDs packen hier eine ganz starke Hand an. Die wollen auch Leute, respektive Leute über 65 oder die Leute, die mobilität wird, die kriegen sie ihm geliefert. Ich weiß nicht, ob es so groß ist. Ich kann nicht sagen, dass in 2021 das Echtwasser kann geliefert werden. Das ist eine ganz große Schande. Die Matheleitung pro Jahr sind die 166 Millionen Euro an den Oberst- und Dushängerschild von der Gemeinde. Es ist wichtig, dass auch Touristen das Sitz besitzen können. Das ist für den höchsten Platz. Das ist ein Gemeinde. Und wenn es auf der Plattform steht, dann wird es nur bei ihrem Kanzler. Die kleinen Diskussionen laufen auch auf den Medien. Dass das einfach den einen oder anderen Changement, eventuell auch an der Mentalität, wie die Klima funktioniert an der Basis. Dass die Überlegungen sich frischend drohen. Dass man nicht gerade von dem Confinement ophält. Dass man dann ein Retour machen zu dem, was man die Fiedlung war. Das wäre schön. Das wäre eine Chance, die nichts genutzt, wie wir. Ja, die Ding ist ein Hazeugs. Es decir. Untertitelung des ZDF für funk, 2017